Now it's time to play Final Fantasy 14 Realm Reborn Jetzt gehen wir aber erstmal hier zum Stubben Und geben dort zwei Quests ab Kleiner Mount Cool So, wie weit muss ich jetzt raussuchen und wie finde ich das jetzt? Ich drücke hier mal drauf, vielleicht wird mir das angezeigt Da, okay, also Perfekt Ein bisschen in die Richtung Ah, da wird es jetzt auch auf der Kleinkarte angezeigt Da rennen wir mal los Sollen wir hier noch einen kleinen Tricky machen Ich will irgendwas anschießen Jetzt, wo ich gerade eh in der Damage Stance bin Wie ich ihn unter Kontrolle habe, Leute Äh, unglaublich So, das müsste jetzt gleich hier irgendwann kommen Müssten jetzt hier Hier muss das sein Und da sehen wir auch schon das Abgabesymbol für die Quests Bei Galfreed Sei gegrüßt, Dalu Kajun Als Bewohner von Gridania ist es unsere Pflicht, den Wald zu heilen und zu beschützen Und dich als Abenteuerin bitte ich, uns bei unseren Bemühungen zu unterstützen Hör dich um, wo du dich nützlich machen kannst und steh den Leuten bei Mögen die Gebieter mit dir sein Abschließen Galfreed hat auch noch eine neue Quest für uns, sogar eine wichtige Sehe ich an einem Symbol, die ist wichtig Aber jetzt erstmal hier Bei Zub Karmazom Hm, ein Paket Das muss ich abgeben hier, rein und übergeben Ach ja, das muss der Proviant sein, den ich bestellt habe Das wurde aber auch Zeit Ich kipp schon fast um vor Kohldampf Von den Storn der Stadt bis hierhin ist es zwar nicht sehr weit Aber der Wald birgt unbekannte Gefahren Es gehört schon Mut dazu, sich den Schatten der Bäume zu wagen Danke für die Proviantenlieferung Engagierte Leute wie dich brauchen wir in Gridania Abschließen Für meine Heldentat hier Guck mal, Errungenschaften Yeah, wie sie sich freuen Glückwunsch, du hast eben deine erste Errungenschaft erhalten Errungenschaften erhältst du Wenn du bestimmte Meilensteine auf deinen Abenteuern in Erosäa erfüllst Es gibt Errungenschaften für alle möglichen Dinge Zum Erreichen bestimmter Stufen Über das Entdecken neuer Orte Bis hin zum Besiegen von Feinden Und dem Anhäufen von Jill Zudem erhältst du Belohnungen beim Erreichen einer bestimmten Errungenschaft Einige davon sind seltene Waffen und Rüstungen Andere sind Titel Die deinem Anzeigenamen hinzugefügt werden können Belohnungen für Errungenschaften können bei Jonathas in Altgridania abgeholt werden Ja, wir müssen jetzt eh noch einmal zurück Weil ich will ja diese Quest noch machen Die ist ja in Altgridania Hier die Hardenus Und deswegen gehen wir auch wieder zurück Wie gesagt, wir machen alle Quests Also so weit auf der Reise Dass ich hier das Abenteuer Den Anfang von Final Fantasy Hier wirklich jedem zeigen kann Final Fantasy ist natürlich ein MMO Welches an sich ja kein Ende hat Ihr wisst alle, wie viel Zeit man MMOs verbringen kann Und hier noch so ein Tricky Pushmon von mit der 3 Und Kiten hier diesen Baumhörnchen Muss jetzt eh schon fertig sein Zack, besiegt Sieg über ein Baumhörnchen Einen von 4 Zu Bastrian Einmal weiter hin Zwei Hm Soll ich noch 3 töten dafür? Kommt von Baumhörnchen Down Und zack Machen wir es eben voll Da Gegenstand hoher Qualität Du hast ein High Quality Gegenstand Ich gehe davon aus, dass das so heißt Ein HQ erhalten HQ Gegenstände erkennst du an ihrem Eickel Und dem speziellen Zeichen hinter ihrem Namen HQ Ausrüstung hat häufig bessere Werte als normale Gegenstände Und HQ Materialien produzieren in der Regel bessere Ergebnisse in der Synthese Daher lassen sich mit HQ Gegenständen auch hohere Verkaufspreise erzielen Gucken wir mal ins Inventar Was könnte denn damit gemeint sein? Das hier wahrscheinlich das Zeichen dahinter Eine geschmeidige Haut Bleib geschmeidig Das ist ja nämlich nur weiche Haut hier Haben wir doch was Feines gefunden Das Geile ist Man muss halt zum Looten nicht hinlaufen Das macht es als Jäger um einiges leichter Finde ich smooth Sprint an Oh hier werden Berufe ausgeübt So Alt Gridania Ist egal welchen Eingang ich eigentlich nehme Oh hier ein Zauberkünstler Nein er erzählt Der Meister El Nino Habt ihr das gesehen? Elegant So jetzt bin ich auf der richtigen Map Sehe ich es aber jetzt gerade nicht Deswegen klicke ich es einmal so an Bin ich jetzt komplett falsch Das ist ja die harte Nuss Aber wo ist das? Nochmal hier M drücken Da Ich bin hier So Ah hier hätte ich auch gucken können Auf der Minimap Hier regnet es immer Ja nicht schön Und hier sind noch sehr viele Quests zu machen Ich weiß nicht ob ich dem Storystrang Vielleicht doch ein bisschen Früher folgen soll Einfach damit wir draußen ein bisschen mehr sehen Aber irgendwie kann man hier auch erst ab Level 10 gehen Das heißt man müsste diese Quest hier machen Naja egal Wir schauen uns hier erstmal schön in Ruhe um In Final Fantasy 14 Du willst etwas zum Flüsterheinstallung bringen? Dann halte dich hinter dem Tor in Richtung Südwesten Hm das sieht nach dem Metallbeschlag eines Chocobo Zaumzeugs aus Zeig ihnen mal Botwine Botwine kümmert sich um die Chocobos und es kann gut sein Dass er den Metallbeschlag schon verzweifelt sucht Alles klar Dann müssen wir mal hier zum guten Botwine In den Nordwald Das müsste ja hier durch sein Wenn ich mir nicht tolle In den Nordwald Perfekt So Botwine Hier Baumhörnchen hat da so ein Symbol Ich will es mal anschießen Ist ja überhaupt keine Kunst für uns Gerade deswegen ist der Archer so geil Weil ich überhaupt keinen Schaden Keinen Schaden Keinen Schaden gegen diese kleineren Gegner hier am Anfang bekommen Da ich so smooth unterwegs bin Tada Errungenschaftstufe Waldläufer Eintrag vollständig Rang 2 Was mir das jetzt genau gebracht hat Weiß ich jetzt nicht Ich glaube das hat irgendwas mit der Jägergilde zu tun Aber ich liebe diesen Final Fantasy Sound Dass der dabei ist Schießen wir noch so einen Marienkäfer an Wenn wir schon dabei sind Ein paar Gegner abzuschießen Ist ja nicht schlecht Ich mache erstmal mit der 2 den Debuff drauf Ihr seht oben am Namen Das Marienkäfer ist der Held Noch 18 Sekunden Und in der Zeit immer den ersten Schuss Verbraucht halt weniger Und macht da denselben Schaden Egal Eben Gegner hier einmal hauen Oh Marienkäfer Auch 2 von 4 Dann müssen wir noch einen besiegen Ich mache den Marienkäfer plant Du bist tot Den kann man jetzt smoothen Rückwärts gehen erschießen So Es müssten 4 von 4 gewesen sein Und auch diese Mission geschafft Das sind Sachen Die kann ich dann also abholen In Alt Gridania Hätte ich vielleicht machen können Bodwine Ach verdammt Ohne den Metallbeschlag Hält das Zaumzeug einfach nicht Wir passen das Zaumzeug Speziell auf jeden Schokobo an Das ist alles Maßarbeit Sage ich dir Deswegen sind Ersatzteile Nicht so einfach zu beschaffen Wie bitte? Du hast den Metallbeschlag Das ist ja wunderbar Her damit Metallbeschlag Übertragen Das ist ja Das verlogene Teil Jetzt passen das Zaumzeug Wieder wie angegossen Und ich kann ohne weitere Verzögerung Mit dem Training fortfahren Vielen Dank Hier hast du deinen Finderlohn Uh Robe oder Rock Ich muss ja aussuchen Oder Cashes Nehmen wir da erstmal Inventar Also muss ich damit erstmal wieder zurechtkommen Das ist hier Und jetzt kann ich die anlegen Verliere Ah toll Was ist jetzt besser für mich? Ähm Da müsste ich jetzt meine Stats noch irgendwie aufrufen So Meine Robe Ja Hier Die Hanfhalbrobe Hat Alle Klassen ab Stufe 5 Intelligenz plus 1 Meins hat Gar nichts Zustand 790 71% Leverstufe 1 Äh Einmal Nicht umwandelbar Was sind diese Standardklamotten? Ich will die aber so behalten So als Style Objekt Äh Keep it basic Die Augenklappe hätte zwar auch cool gepasst Aber die ist ja nichts für mich Beziehungsweise kann ich gar nicht tragen So auf jeden Fall Die Robe wird hier ein bisschen besser sein Denke ich Auch wenn es Intelligenz plus 1 hat Was mir gar nichts bringt Aber meine Brustplatte hat halt nichts Verteidigung 6 Magieabwehr 13 Die hat Verteidigung 7 Magieabwehr 15 Ist also so oder so ein Stück besser Lassen wir das jetzt einfach mal sehen Natürlich nicht mehr so schnieke aus Jetzt sehe ich aus wie einer hier von euch Cool oder? Ich will auch einen Schokobereiten So So wir haben jetzt auch mehrere Gebiete Wo wir Quests annehmen könnten Ihr habt ja gesehen Einmal am Stubben Aber auch noch in der Stadt Ich würde sagen Wir gehen jetzt wieder zur Stadt Machen wir hier noch ein bisschen Auf Action Mal hier mit zwei Gegnern anlegen Ist überhaupt kein Ding Als Archer Dann könnte ich auch hunderte nehmen Zombie-Modus mäßig Laufe ich hier durch die Gegend Ganz smooth Ganz smooth Neue Quests annehmen In Alt-Gridania Ich hätte mir jetzt merken müssen Bei wem ich meine Errungenschaften Abholen kann Alt-Gridania ist ja groß Ich guck mal Ob ich hier irgendwas hin Die Gärtner-Gilde Hier könnte ich natürlich sein Ähm Im Amphitheater nicht Die Gerber-Gilde Lederwaren Ich muss auch eine Chronik sozusagen Anzeigen lassen Ah schade Leider nicht genug Hier ist ja das Händler-Gedöns Müsste ich Ich muss noch mal finden Wo ich Errungenschaften abholen kann Das will ich nämlich wirklich noch sehen So Drucken lassen hier unter Zu finden sein Im Archiv So Information Schreibt da Kampfstellung oder nicht Brauchen wir nicht Timer brauche ich Markierungen Achso Cool 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 Oh Nach Norden Nach oben ausrichten Ja klar Kann ich das nicht nachlesen Was ich rausgefunden habe Hier habe ich übrigens meine Katis-Puppe gefunden Hier sehe ich meine Skills Ab Level 6 Gibt es den Gift-Bills Und so weiter und so fort Ne aber hier finde ich das nicht Was ich suche Eigentlich dachte ich im Archiv Aber hier finde ich meine Abgebrochenen Abgeschlossenen Quests Die Szenarien Mhm Hier Arsenal Notizbücher könnten mir vielleicht noch weiterhelfen Errungenschaften So Leider nicht wo ich sie ab Abholen kann Aber ich habe eh nur für 10 Quests glaube ich bekommen Aber dafür würde es halt irgendwas geben Ihr seht hier was es da alles gibt Errungenschaft 10 Quests Erfolgreich abgeschlossen Habe ich aber noch nicht abgeholt Ähm Hier steht leider auch nicht wo Schade eigentlich So Dann nehmen wir mal alles an Was wir hier finden So 5 Stück Die ersten 5 Gehe ich hier zur Grotte der versunkenen Gedanken Die Gilde der Druiden Das ist hier unten in der Ecke Was macht ihr hier alle Lasst mich mal durch Wo es Kate ist So und bevor wir uns der Gilde hier Der Gilde Der Quest hier bei der Gilde der Druiden widmen Die übrigens auch hier ein schönes System haben Machen wir einen kleinen Cut Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 14 The Realm Reborn Wieder Schaltet wieder ein Macht's gut Leute Und Tschüss Wir sehen uns im nächsten Mal Sch SERVger Die gjeld